Hallo Leute, wir sind unterwegs nach Frankfurt zu eines der besten Gyms Deutschlands, dem MMR-Spirit. Und ja, wir freuen uns endlich mit Leuten wie Max Koga, Stefan Pütz, Christian Eckerlin oder Daniel Weiche zusammen zu trainieren, um einfach unsere Fähigkeiten mal zu testen. Und ja, wir haben uns dort noch mit Konrad Dürschka und Martin Nussmann aus Leipzig verabredet, die werden auch vor Ort sein. Und wir sind, denke ich mal, wirklich auf einem guten Weg, ein richtig geiles Sparring zu bekommen. Also verpasst es nicht. Was geht, Leute? Wir sind jetzt hier in Frankfurt angekommen, stehen jetzt hier vor der Pik Dame, werden uns so ein bisschen einquartieren, packen unsere Sachen aus. Und dann zeigen wir euch mal den Gym von Max und so ein bisschen die Pik Dame, dass er mal ein paar Drücken so abgeht. Ja, Training, Nachtleben, willkommen in der Elbenstraße. Ja, ich bin jetzt hier in Frankfurt. Ja, ich bin jetzt hier in Frankfurt. Ja, ich bin jetzt hier in Frankfurt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020